Wussten Sie, dass Sie mit selbstproduzierten Hörbüchern einen super Profit machen können? Dazu müssen Sie noch nicht einmal viel investieren. Vor allen Dingen sollten Sie einen weiten Bogen um professionelle Anbieter machen. Nicht etwa, dass die unzureichende Qualität abliefern würden. Ganz im Gegenteil. Allerdings hat diese super Qualität auch Ihren super Preis. Bis zu 5000 Euro müssen Sie auf den Tisch des Hauses blättern, wenn Sie knapp 70 DIN A4 Seiten als gesprochene Version erhalten möchten. Lassen Sie sich deshalb helfen von meinem Ratgeber Super Profit mit Hörbüchern. Richten Sie Ihr eigenes Tonstudio ein. Das kostet Sie nicht mehr als ein Taschengeld. Und lernen Sie, wie Sie die Texte so sprechen, dass das Zuhören zur reinsten Freude wird. Und lassen Sie sich zeigen, mit welch ausgefuchsten Methoden Sie Ihre Hörbücher zu Toppreisen im Internet verkaufen können. Erfahren Sie, wie Sie Superprofite erzielen, die all Ihre Geldsorgen für immer und ewig zum Schweigen bringen werden. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgshonline.de Machen Sie es gut. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher Machen Sie ausgefuchten matured anziehen예 Auntie ganze